Was ist Prozessmanagement und was bringt es? Gleich am Anfang des Videos gebe ich Ihnen eine Definition, was Prozessmanagement wirklich ist. Aber da Definitionen oft schwer verdaulich sind, erkläre ich dann Schritt für Schritt die einzelnen Elemente dieser Definition, was damit gemeint ist und wie Prozessmanagement in Ihrem Unternehmen wirklich aussehen kann. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und wie versprochen hier gleich am Anfang des Videos die Definition von Prozessmanagement. Aber diese Definition, die stammt jetzt nicht direkt von mir, sondern sie ist aus dem gemeinsamen Wissenskorpus der Association of Business Process Management Professionals, also der Organisation von Prozessmanagement-Experten. Und diese Definition ist somit ein allgemein gültiger und akzeptierter Standard, obwohl sie jetzt nicht aus einer ISO-Norm kommt oder einer DIN-Norm zu finden ist. Die Definition von Prozessmanagement. Prozessmanagement ist ein disziplinierter Management-Ansatz zur Identifizierung, Gestaltung, Ausführung, Dokumentation, Messung, Überwachung und Steuerung sowohl automatisierter als auch nicht automatisierter Geschäftsprozesse, um konsistente, zielgerichtete Ergebnisse zu erzielen, die mit den strategischen Zielen des Unternehmens in Einklang stehen. Prozessmanagement umfasst die bewusste, gemeinschaftliche und zunehmend technologiegestützte Definition, Verbesserung, Innovation und Verwaltung von Ende-zu-Ende-Prozessen, die die Geschäftsergebnisse vorantreiben, einen Mehrwert für den Kunden schaffen und es der Organisation ermöglichen, ihre Geschäftsziele mit mehr Agilität zu erreichen. Bäm! Was für ein theoretisches Monster! Aber was bedeutet es wirklich genau? Ich versuche das jetzt mal anhand von Beispielen wirklich Schritt für Schritt die einzelnen Elemente klarer zu machen. Es geht also um einen disziplinierten Management-Ansatz. Das war der Anfang von dieser Definition. Und damit liegt die Verantwortung des Prozessmanagement ausgehend von der Unternehmensleitung über die Führungskräfte bis hin hinunter zur Arbeitsebene. Es umfasst also das gesamte Unternehmen und nicht nur Teilbereiche, Abteilungen oder Teams oder sowas, sondern wirklich das gesamte Unternehmen. Und das bedeutet eben auch diszipliniert, dass man Prozessmanagement nicht nur wollen sollte, sondern dass man sich auch wirklich dann daran hält. Wenn man Prozessmanagement im Unternehmen einführt, muss man sich ganzheitlich daran halten. Das ist eben dieses diszipliniert. Und das schließt ganz besonders die Unternehmensleitung mit ein. Also Geschäftsführer, Vorstände, die müssen sich auch wirklich mit an diese Methodenvorgaben vom Prozessmanagement für ihre eigenen Aufgaben wirklich mit dran halten und nicht nur denken, naja, das gilt für alle anderen, aber nicht für mich. Zum Thema Prozessmanagement und Chef, beziehungsweise Vorstände und Geschäftsführer, habe ich dazu ein ganz ausführliches Video gemacht, was ich hier oben finde. Schauen Sie das mal mit rein. Es lohnt sich wirklich sehr. Das ist eben einer der ganz, ganz kritischen Erfolgsfaktoren. Prozesse identifizieren und gestalten war ein weiterer Punkt in dieser Definition. Was bedeutet es wirklich? Damit wird eben geklärt, welche Abläufe Sie benötigen, um Ihren Unternehmenszweck zu dienen. Und das macht eben einen großen Unterschied, ob ein Schreinereibetrieb eine Bautischlerei oder eine Möbeltischlerei ist. Oder ob sich dieser Schreinereibetrieb vielleicht sogar auf die Montage von fertigen Elementen wie Fenster und Türen konzentriert. Die Abläufe der Leistungserbringung wird eben dann eine ganz andere sein. Und die Werkstattausstattung ist dann eben auch eine andere. Und die Zielkunden werden eben andere sein. Das muss herausgearbeitet werden. Und die dafür notwendigen Abläufe müssen festgelegt und dokumentiert werden. Das heißt, zuerst mal der Unternehmenszweck. Was ist unsere Ausrichtung? Was möchten wir machen? Und dann folgen die Prozesse, die sich eben an diesem Unternehmenszweck und der Strategie entsprechend zu orientieren haben. Und zum Thema Prozessaufnahme und Prozessmodellierung haben wir ebenfalls viele vertiefende Videos erstellt. Gucken Sie mal mit rein. Und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann finden Sie genau diese Videos sehr leicht. Zum Thema Prozessmanagement. Wir erstellen auch laufend neue Videos. Abonnieren Sie den Kanal, dann verpassen Sie eben keins auch von den neuen Videos. Prozesse identifizieren. Was ist jetzt so ein ominöser Prozess? Also ein Prozess oder Geschäftsprozess ist eben die logische Abfolge von betrieblichen Tätigkeiten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also einen Auftrag akquirieren, dann das Material zu bestellen, den Auftrag abzuwickeln und am Ende eine Rechnung zu schreiben, ist ein Beispiel für einen solchen Ende-zu-Ende-Geschäftsprozess, wie er eben in ganz vielen Unternehmen vorkommt. Und Ende-zu-Ende bedeutet hier, er beginnt beim Kunden, nämlich beim Auftrag akquirieren, mit seiner Anfrage und er endet beim Kunden eben mit einer bezahlten Rechnung. Prozesse messen, steuern und überwachen. Also wie gut oder wie schnell oder wie effizient so ein Prozess funktioniert, muss man eben messen und steuern und überwachen. Und läuft der Prozess nicht wie gewünscht, dann muss man eben auch wirklich einmal gegensteuern. Und Messkriterien für die Erfassung von solcher Leistungsfähigkeit des Prozesses sind dann zum Beispiel die Durchlaufzeile. Also wie lange dauert es eben von der Kundenanfrage am Beginn des Prozesses bis zur bezahlten Rechnung am Ende des Prozesses. Und wie gut läuft so ein Prozess, das lässt sich wirklich messen, indem man zum Beispiel erfasst, ob es Rückfragen gab, ob es Nacharbeiten gab oder ob es Rechnungskürzungen gab. Das sind alles zum Beispiel Signale, die eben zeigen, ob ein Prozess gut läuft oder nicht gut läuft. Oder wie effizient läuft ein Prozess, lässt sich eben ermitteln, wie viele Mitarbeiterstunden werden denn tatsächlich dafür verwendet im Vergleich zu anderen Unternehmen. Da kann man eben schauen, Buchhaltung ist ein schönes Beispiel. Es gibt Unternehmen, die haben ihre Buchhaltung weitgehend automatisiert. Und da gibt es eben andere Unternehmen, die buchen eben noch täglich händisch irgendwelche Papierbelege. Sie sehen, ich denke, Sie erkennen recht gut den Unterschied dazu. Und zu den drei wichtigsten Prozesskennzahlen finden Sie eben auch noch ein vertiefendes Video, was wir uns entsprechend erstellt haben. Schauen Sie sich mal an, das sind drei Prozesskennzahlen, die leicht zu erheben gehen und die man gut steuern kann, aber die Ihnen ganz, ganz viel Einsichten über die Leistungsfähigkeit Ihrer betrieblichen Abläufe wirklich geben. Schauen Sie mal ein. Automatisierte und manuelle Prozesse. Prozessmanagement kümmert sich also um alle Arten von Prozessen. Und das sind sowohl die klassisch manuellen Prozesse, wie zum Beispiel eine E-Mail beantworten, aber eben auch die automatisierten Prozesse, wie zum Beispiel eine CNC-Fräse, wenn sie gerade ein Werkstück bearbeitet. Und beim E-Mail beantworten kann es aber auch noch einen ganzen Schritt weitergehen. Man kann sich zum Beispiel überlegen, dass es von einer Unterstützung durch Vorlagen oder Textbausteine, das kennt man, bis hin zur KI-gestützten, vollständigen Beantwortung durch eine Maschine, ist da eben auch relativ viel denkbar. Ich kenne ein Unternehmen im Bereich Infrastruktur. Und wenn da ein großes Bauvorhaben zum Beispiel ist, dann gibt es ganz viele Schreiben von den Bürgern zum Beispiel, obwohl es Widersprüche sind, Einsprüche oder Ähnliches. Und diese Schreiben werden eben tatsächlich gescannt, wird der Text erkannt. Und eine KI, also eine künstliche Intelligenz, kann verstehen, um was es in diesem Text geht, versteht sogar den Tonfall, die Tonalität von dem Schreiben und schlägt entsprechend die Textbausteine vor zur Beantwortung dieser Schreiben. Hunderttausende von Beschwerdebriefen zum Beispiel kann kein Mensch mehr lesen. Deswegen wird man sowas mit Sicherheit automatisiert und maschinell verarbeiten. Und bei der CNC-Fräse überlegt man sich ja auch, wie man seine Abläufe parallelisieren kann. Also während die Fräse gerade das Werkstück bearbeitet, was macht dann der Mitarbeiter? Steht er vor der Maschine und guckt sich das an, wie das gerade läuft, während die Fräse eben arbeitet? Oder ist er eben tatsächlich dabei, dass er eben andere Maschinen bedient? Und da sind mehr Maschinenbedienung von Mitarbeitern in entsprechenden Produktionslinien, Fertigungszellen in so einem U-Design und Ähnliches sind da eben bewährte Lösungen und auch schon vielfach eben im Einsatz. Konsistente und zielgerichtete Ergebnisse war auch noch ein weiterer Baustein dieser Definition am Anfang vom Video. Prozessmanagement sorgt also für konsistente und zielgerichtete Ergebnisse. Aber was heißt das jetzt wirklich? Konsistenz ist hier ein wesentliches Element. Die Ergebnisse eines guten Prozesses hängen dann eben nicht mehr vom Können einer einzelnen Person ab, sondern sind personenunabhängig stabil und in guter Qualität. Und damit das ein bisschen einprägsam ist, habe ich dafür auch ein Beispiel. Wenn Sie sich ein neues Auto kaufen, dann ist es Ihnen als Kunde relativ egal, ob jetzt Frau Meier oder Herr Schmidt am Band in der Fabrik die Räder an ihr Auto montiert hat. Sie erwarten ja eigentlich ein Fahrzeug mit vier ordnungsgemäß montierten Rädern. Und es kann ja nicht sein, dass es einfach vom Können eines einzelnen Mitarbeiters eben abhängt, ob Sie diese Räder eben ordnungsgemäß dran haben oder ob vielleicht eine Schraube fehlt oder sowas. Das heißt, es muss auf jeden Fall so ein Prozess gestaltet sein, dass es egal, wer ihn ausführt, das Ergebnis immer qualitativ hochwertig und in der gleichbleibenden Qualität eben hinten dabei rauskommt. Aber wie oft verlassen sich eben halt auch Betriebe auf das Können von wenigen Spezialisten oder Leistungsträgern im Unternehmen? Und da gibt es eben den einen oder anderen, der vielleicht nur der Einzige ist, der das perfekte Aufmaß von komplizierten Räumen zum Beispiel, Flächen oder Ähnlichem einfach machen kann. Und das kann halt dann im Fall von Krankheit, Urlaub oder Kündigung ganz schön schief gehen. Deswegen muss man immer dafür sich überlegen, in seinen Prozessen habe ich da nur einen einzigen Wissensträger oder Leistungsträger? Und was passiert im Falle von Vertretbarkeit? Kann ich vielleicht einen jüngeren Mitarbeiter eine Zeit lang mit dem erfahrenen Mitarbeiter vielleicht mitschicken, dass er davon lernt, dass das eben auch geht und was eine Vertretungssicherheit auch entsprechend sicherstellen kann? Konsistente und zielgerichtet Ergebnisse bedeuten aber auch in dem Bereich zielgerichtet, dass ein Prozessergebnis eben nicht zufällig ist, wie es ist, sondern dass es eben einer Spezifikation entsprechen muss. Also wenn Sie eine Rechnung an Ihren Kunden erstellen, dann muss diese Rechnung eben formal korrekt sein. Das heißt, alle Elemente einer korrekten Rechnung, wie zum Beispiel den Empfänger, die korrekte Firmierung, die Adresse, die Rechnungssummer etc. müssen eben auf der Rechnung korrekt drauf sein. Und neben der formalen Richtigkeit muss eben auch die Rechnung inhaltlich richtig sein. Das heißt, den abzurechnenden Sachverhalt eben korrekt in Menge und Preis entsprechend erfassen. Und diese formale und inhaltliche Richtigkeit der Rechnung ist dann damit die Spezifikation des Abrechnungsprozesses. Wenn es da drin Fehler gibt, dann hat der Abrechnungsprozess eben nicht gut funktioniert. Und ähnlich bekannte Beispiele sind zum Beispiel Fehlertoleranzen in Produktionsprozessen, also zum Beispiel Abweichungen bei Löchern, Plus, Minus, Durchmesser und ähnliche Sachen. Und das sind ebenfalls Spezifikationen. Und da muss eben auch der Fertigungsprozess genau dieser Spezifikation entsprechend entsprechen. Die Verbesserung und die Innovation und die Verwaltung von Ende-zu-Ende-Prozessen war auch Teil dieser Definition ganz am Anfang. Was heißt das wirklich? Und um Ihre Prozesse, dass Sie zunehmend anspruchsvolle Spezifikationen erfüllen können, müssen sie eben laufend verbessert werden. Und dazu gibt es zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist die Radikalkur, bei der wirklich Prozesse vollständig neu durchdacht und entworfen werden. Und das nennt man eben Process Re-Engineering. Also wenn zum Beispiel ein größerer Produktionsbetrieb eine komplett neue Fabrik auf der grünen Wiese baut und sich dann wirklich überlegt, wie ist der ideale Fertigungsprozess mit dem Materialstrom zum Beispiel und aber auch dem entsprechenden Verarbeitung und dem Strom und der Zurückgewährung zum Beispiel von Verschnitt und ähnlichen Abfällen oder sowas. Oder eben, und das ist die zweite Variante, was man eben machen kann, die kontinuierliche Verbesserung mit kleinen Schritten. Das heißt, dieser Ansatz ist vor allem im Lean-Management weit verbreitet und nennt sich dort eben Kaizen. Bei uns hier ist das öfter als KVP, als kontinuierlicher Verbesserungsprozess, durchaus gängig und bekannt. Was ist da der Unterschied ist dabei? Beim KVP macht man sehr schnell kleine Schritte und lernt daraus. Letztendlich kommt man somit auch zu einer dramatischen Prozessverbesserung. Aber wenn man jeden Tag eine Verbesserung an seinem Prozess macht, die vielleicht nur ein oder zwei Sekunden einspart, dann summiert sich das eben über die Zeit dramatisch auf. Und der wesentliche Punkt bei den beiden Ansätzen ist aber, dass die jeweilige Verbesserung auch wirklich ein Ende-zu-Ende-Ziel des Prozesses einzahlen muss. Das heißt eben nur Verkürzung der Durchlaufzeit zum Beispiel oder Kostensenkung durch Automatisierung oder ähnliches. Und Ende-zu-Ende bedeutet eben auch, dass der gesamte Unternehmenswertstrom betrachtet werden muss und sich das nicht nur auf eine Abteilung durch ihre Verbesserung, ihren Prozessschritt auf Kosten einer anderen Abteilung optimiert. Dazu habe ich auch noch ein Beispiel. Das war ein größeres Ingenieurbüro. Die hatten auch eine Poststelle. Und früher war es so, wenn also die entsprechenden Ingenieure eben Schreiben mit Einschreiben und Rückschein eben versendet hatten, dann hatten sie eben das vorbereitet und die Poststelle hat es eben dann fertig gemacht, den Rückschein ausgefüllt zum Beispiel, entsprechend korrektiert, frankiert und Ähnliches. Und dann ging eben dieses Schreiben entsprechend raus. Dann dachte die Poststelle, Mensch, das könnte man doch bestimmt den Prozess verbessern. Wir machen das jetzt so, dass direkt quasi da, wo der Brief erstellt wird, eben der gleichfertig gemacht werden soll, zum Versenden. Das heißt im Endeffekt, dass die Ingenieure eben die Rückscheine ausfüllen sollten. Das Problem war allerdings, dass natürlich die Gehälter von Ingenieuren und den Poststellenmitarbeitern dramatisch auseinanderlagen. Und damit letztendlich sich die Optimierung der Poststelle verlagert hatte eben auf eine Mehrarbeit bei den Ingenieuren, die deutlich teurer waren, macht natürlich betriebswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Da hat sich wirklich eine Abteilung auf Kosten einer anderen wirklich optimiert gehabt. Mehrwert für den Kunden und das ist am Ende aller Prozessmanagement-Bemühungen, ist es wirklich das ganz zentrale Thema. Prozessmanagement richtet den Fokus auf den Mehrwert für den Kunden und legt den Finger in die Wunde der Verschwendung. Oder besser ausgedrückt, Prozessmanagement lädt halt einfach schonungslos das für die Katz arbeitenden Unternehmen wirklich offen. Und wie man alles für die Katz arbeiten kann, da gibt es nämlich acht verschiedene Methoden, wie man für die Katz arbeiten kann. Das habe ich in diesem Video mal entsprechend aufgeschlüsselt. Schauen Sie sich das mal an, da gibt es ganz viele Hintergrundinfos, dass man wirklich mit offenen Augen in seinen Betrieb gehen kann und sagt, um Gottes willen, hat man das schon wieder so gemacht, muss das so sein. Ich bin mir sicher, da gibt es einige Wiedererkennungserlebnisse. Schauen Sie da mal mit rein. Und jetzt brauche ich nochmal Ihre Hilfe und Ihr Feedback. Schreiben Sie mir doch bitte in die Kommentare, welche Themen zum Prozessmanagement wir aufgreifen sollen, die Sie brennend interessieren. Denn wir wollen ja wirklich, möglichst schnell Ihr Informationsbedürfnis zum Thema Prozessmanagement wirklich befriedigen. Also rein in die Kommentare, was Sie wissen wollen. Wir machen Videos dazu, damit Sie das entsprechend dann auch anschauen können. Dann können Sie auch gleich den Kanal noch mit abonnieren, weil dann bekommen Sie nämlich mit, wenn diese Videos alle online sind. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.